Na! Drei zu wenig! Beschiss. Holy shit, als nächstes schalten wir erst mit 260 frei. Ich muss sagen, ich sammle eigentlich schon viele. Mir fehlen meistens immer nur zwei, drei. Manchmal auch ein bisschen mehr. Obwohl, eigentlich gar nicht. Zwei, drei fehlen mir immer. Das ist aber blöd. Egal, wir haben noch andere Wellen. Olympus Maximus. Wie wär's denn hiermit? Dafür noch eine ganze Menge. Pädämm. Ne, ne, ne. Hier wird schon gut. Hier wird schon gut. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ich mag die Unterwasserlevel, die sind cool. Ahaha, das war gut. Knapp, knapp. Ich glaube, wir müssen einfach durchrennen. Man kann hier auch nicht sagen. Aber so schon mal nicht. Oh, ich hatte ja ein Herz. Boah. 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 Kleiner Sam Fisher-Sniper hier, ne? Das gibt's nicht. Ich hab gedacht, er ist Boden. Da muss natürlich irgendwas Fieses wiederkommen. Ah, ich kann das gar nicht stoppen. Okay. Dann lass' ich besser sein. Also, kommt man nun mal richtig schnell nach unten. Ja, wenn ich gesappt. Super. Bleiben wir erst mal hier. Und gehen wir erst mal da hin. Du Terror-Fie. Boah. Das sind voll die Spezial-Einheiten. Keine Chance haben die. Äh, der hat mich getroffen. Dann braucht der ja noch fünf Jahre, bis der hier ist. Nix da. Ich hab jetzt noch ein bisschen viel. Oh, nein. Ich dachte, ich komm dann drüber. Ich fahr' schon ganz unten. Wir dürfen gar nicht erst hier reinkommen. Bleib unten. Die zum Schuss ansetzen, ist das immer blöd. Krieg ihn nicht. Boah, ich schieß doch noch mehr Kugeln ab. Diesmal aber nicht. Meins. 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 Ist egal, ob ich schon eins hab' oder nicht. Ja, sicher. Das ist immer so knapp. Moment. Ich trau' mich nicht da runter, zum Schwimmen. Ah. Das sah so verdächtig aus. Hallo? Okay, ich muss anscheinend nur da durchschwimmen. Äh, okay. Ah, ich muss das Ding als Deckung benutzen. Aber will mir das viel in den Arsch beißen? Ja. Buh. Das heißt, ich muss die in den Bann nehmen. So, ist das noch kein Problem. Da werde ich auf jeden Fall gesappt. Jetzt müssen wir die Bahn wechseln. Boah, ne, 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 ne. Aber wir bleiben hinter dem Ding. Ey. Das ist ja richtig fies. Okay, ich muss am Kopf bleiben. Wie kann ich auch da so durchschwimmen? Ohne Mist. So. Und so. Das war einfach. So, am Kopf bleiben. Was ist das für ein Scheiß? Boah. Ja. 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 Fuck. Genau da war Ende. Ich schwimme wieder so durch. Aber hier kommen wir leider nicht so durch. Ich habe ein Herz. Aber die zweite Sache, die reitet mich immer rein. Ich check das nicht. Erst muss ich am Schwanz bleiben und dann bis zum Kopf vorschwimmen. What a sight of damn it. Das ist so einfach. An diese Viecher nerven. Okay, erst am Schwanz bleiben. Gehen wir ein bisschen Gas. Dann schwimmen wir dem voraus. Dann bleiben wir hier hinter. Terror, Terror, Terror. Runter. Oh, das war knapp. Wird doch voll zerquetscht, das Vieh. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zerquetscht werde. Ne, erst Risiko gehen hier ein. Nö, nö, nö. Ja, toll. Genau da, wo ich durchschwimme. Egal. Oh, Ramin steuert sich so super einfach. Ja. Da hätte ich mich durchboxen müssen. Fing auf einen. Ist klar. Ja, ja, er wischt mich an's Rutz nehmen. Kann ich nicht so eine Attacke nach unten machen, so eine Schnelle? Nix. Du erst recht nicht. Nö, wir gehen noch nie weiter. Nach dem König retten. So. Die Dinger bleiben anscheinend so, hm? Ach so, ja. Ist aber schön. Also haben wir hier eine Plattform. Oh, solche Passagen, ne? Hier muss ich ehrlich gesagt runter. Das war's schon? Das war super kurz. Wow. Kann man da nochmal hoch? Oh, sowas mag ich nicht. Na, ich glaube aber nicht. Wenn doch, fuck it. Da haben wir wieder einen Special Agent. Überraschung. Okay, jetzt wird's einfach. Ich will gleich sowieso trotzdem getroffen werden. Ja. Okay, jetzt wird's doch nicht so einfach. Oh mein Gott, wie viele. Ich hab mir die ganze Reihe gedrückt. Boah, das breit von der Wand ab. Ist klar. Da gibt's Situationen, ne? Die bringen mich zur Weißklot. Ah, genau, in der Mitte. Wie scheiße will ich Zeit machen. Und jetzt die andere Seite. Ja, die Kacke prallt ab. Super. Verrück dich sowieso. Ich bin irgendwo wieder richtig blöd. Okay, ihr könnt mich machen. Bleib da hängen. Du bleib in der Luft mit deinem Jetpack. Oh shit, ich hab hier Flammen, dinge. Oh, ich dachte, der bleibt ein bisschen länger hängen. Okay, dann rennen wir halt nicht so heftig nach vorne. Boah. Boah. Überraschung. Ja, sicher. Diesmal nicht. Nein, wir bleiben hier. Oh, die schütteln nur noch zwei. Ah, da ist der. Okay. Jetzt gibt's wieder Bullshit. Nö. Checkpoint hier. Okay. Hier ist ein Abgrund. Hier ist ehrlich gesagt ein Abgrund, ja. Geh jetzt doch. Irgendwann muss ich ihn erwischen. Glaub ich, ich hab einen verpasst. Naja, noch ist das Level nicht zu Ende. Kriegt der einen Affen? Okay. Der einfach so fies und schutzschuldig umsichert. Der einfach so fies schutzschutzschutz umsichert. Irgendwann kommt mein Untergang. Halt Ich glaube, wir haben es geschafft Ich werde sie auch die letzte